Musik Also, ich war in den letzten Monaten verdammt oft genau hier vor dem Bundestag und habe regelmäßig vor dem NSA-Untersuchungsausschuss für CAMPAC demonstriert. Wir fordern, dass Edward Snowden, derjenige, der wirklich den Mumm hatte, mal aufzustehen und zu sagen, was da läuft, dass dieser Mann nicht einfach alleingelassen wird. Dass wir Zivilcourage zeigen, dass wir die Werte, die in unserem Grundgesetz stehen, auch verdammt nochmal lesen. Applaus Denn es ist so einfach, sich dort im Bundestag an die Kanzel zu stellen und von Grundrechten, von europäischer Wertegemeinschaft, von Grundrechtekarte, vom Grundgesetz, von Freiheit, von Privatsphäre, von Menschenwürde und dem Ganzen zu reden. Ja, aber der wahre Charakter eines Menschen, der wahre Charakter zeigt sich im Handeln. Und dieser Mut, den haben wir bei Edward Snowden gesehen. Ja, jahrelang wussten die doch alle, was da läuft. Und ich kann jedem, der hier steht, jedem nur empfehlen, sich einmal das erste Interview von Edward Snowden anzuhören, als er in Hongkong in einem Hotel mit Glenn Greenwald darüber gesprochen hat, warum er es eigentlich getan hat. Er hat gesagt, ich bin kein Held. Ich bin ein ganz normaler IT-Guy von nebenan. Und ich mache ganz normal meinen Job. Ich bin mit hehren Zielen in diesen Job reingegangen. Und was ich gesehen habe, war einfach abartig, ja? Und ich möchte nicht Teil eines solchen Systemseins. Und da frage ich mich, wie viele Leute derzeit genau Bescheid wissen darüber, was da läuft, es hinnehmen, nichts tun. Und im Gegensatz zu uns, an den Hebeln der Entscheidung sitzen, sie könnten was verändern, wenn sie wollten. Ja, sie könnten es, sie tun es einfach nicht. Und daher ist es unsere Aufgabe, sie verdammt nochmal an ihren Job, an ihren Abseits zu erinnern. So lange wird was passieren. Und es wird ja immer auch gerne argumentiert mit, naja, wir müssen abwägen zwischen Freiheit und Sicherheit, als wenn es ein Gegensatz wäre. Ja, und ich muss sagen, ich als Bürgerrechtlerin fühle mich nur sicher in einer Demokratie, in der ich frei demonstrieren kann, in der ich frei meine Meinung sein kann, in der ich mir sicher sein kann, dass ich in keiner verdammten Schublade bei Ihrem Geheimdienst dafür lande, dafür, dass ich eine Meinung habe und dafür stehe. Und das war ein langer Tag heute. Und wir werden nach Hause gehen und unsere Familie und unsere Freunde werden fragen, was habt ihr so gemacht? Und dann werden wir erzählen, wir waren hier, ja, wir waren laut. Und wir haben für euch dort auch gestanden. Und das nächste Mal, kommt mit, wir können etwas verändern, wenn wir es wollen. Wir müssen nur dran sein. Wir können sie nicht so davon kommen lassen, ja. Das ist unsere Pflicht. Das müssen wir tun. Und es geht nicht nur um uns, es geht um unsere Nächsten. Es geht um Journalisten, die ihren Job nicht mehr machen können. Es geht um Anwälte, die ihren Job nicht mehr machen können. Um Seelensorger, um Ärzte, ja. Wer ruft denn noch bei einem anonymen Alkoholikertreff an und fragt, wann der nächste Treff ist, wenn er weiß, irgendjemand hört mit, irgendjemand liest mit, ja. Und es ist nicht so, dass es darum geht, ob etwas gestopft wird, was derzeit am Laufen ist. Das würde ich mir ja wünschen, ja. Die Diskussion da drinnen verläuft ganz anders. In den nächsten Wochen, wenn der Bundestag nach der Sommerpause wieder tagt, wird darüber diskutiert, ob nicht vielleicht doch 300 Millionen Euro für den Verfassungsschutz locker gemacht werden, um soziale Netzwerke zu überwachen. Und es wird dann wieder gesagt, naja. Genau, bitte nochmal ein bisschen lauter. Und es wird dann gesagt werden, argumentiert werden in der Öffentlichkeit vom Innenministerium, naja, die Daten sind ja öffentlich, die Leute machen das ja freiwillig, ja. Und da sage ich, nein, es ist nicht in Ordnung, etwas aus dem Kontext herauszureißen und mich in eine Datenbank zu stecken, nur weil ich zu meiner Meinung stehe, weil ich meine Grundrechte gebrauche. Das ist nicht in Ordnung, das ist nicht deren Aufgabe, das ist nicht Sicherheit. Und so stirbt die Freiheit mit Sicherheit. Das ist nicht in Ordnung, es 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 ist 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 in Ord